ja hallo liebe kunden ich grüße euch hier vom gütig markt dienstag preisupdate ich war jetzt zwei wochen nicht hier ich war in katar zum fußball gucken war echt toll muss ich sagen ja schön warm gewesen dort ein sehr schönes land auch zum reisen kann ich nur weiterempfehlen sicherheit sauberkeit das werbung jetzt für katar ja wirklich war top leider leider unsere deutsche mannschaft kam nicht weiter die habe ich gleich letzte woche mitgebracht also egal aber wir haben volle gründe hier video zu machen wir haben tolle angebote und fangen wir einfach mal an janine ist mein kameramann den sieht die auch gleich noch fangen wir hier vorne an blau werden wir da die schale für 99 cent oder zwei schalen für 1 euro 50 hier haben wir auch hin werden ihr könnt auch kombinieren also schale 99 cent oder zwei schalen 1 euro 50 könnt ihr auch kombinieren hierher so orange haben wir da das sind die vom flieger ist eine richtig gute marke letzte woche hatten wir wieder neu rein ja genau hat mir letzte woche auch 4 über 99 zuckersüß sind die würde ich jedem empfehlen mehr 18 stück sind drinnen oder wie viele kilo sind das ja nie steht jetzt nicht kauf hier 18 stück aber ja gut so groß sind sie noch nicht ganz groß habe ich da hinten noch mal zeige ich auch gleich noch mal aber hier haben wir auch noch mal orange kracher wenn ich zum beispiel saft pressen möchte zu hause hier haben wir 15 kilo kiste für 12 euro 50 auch wenn wir schon mal hier stehen ananas haben wir heute rein bekommen schöne frische ware fest auch ja große dinger für 1 euro 49 das steht kartoffeln machen wir gleich nach dem fleisch wir gehen erst mal hier rüber hier haben wir clementin kilo 299 oder zwei kilo für fünf die haben wir auch relativ mit blatt auch richtig lecker die ware 390 voran schon haben wir hier die richtig dicken der kilo für 299 pumpen musen habe ich hier im angebot 69 cent das stück oder fünf stück für 2 euro 50 daneben unsere granatäpfel das kilo für 299 so die äpfel hier haben wir die sorten elster jona red pink lady moment ich muss mich korrigieren pink lady nicht viel wie elster und jona red haben wir für 99 der pink lady kostet jetzt 1,99 so na denn was hast du hier schönes leckere weintrauben lecke schaut mal rot und kernlos wie gemalt ja kilo 399 schöne ware hier haben auch noch mal helle daneben so orangen 1,5 kilo netz 1 euro 49 dann haben wir hier auch noch mal clementin der 2 kilo netz für 1 euro 29 gemüse sieht so aus strauchtomaten haben wir hier kilo 1 euro 79 richtig schöne ware gurken das stück 99 cent diese woche aber kann sein dass wir noch ein angebot reinkriegen hier haben wir noch mal cherrytomaten in die kiste für 3 euro so dann haben wir hier cherrytomaten 500 gramm in der schale hier sind 400 gramm in der schale so was kostet 99 cent 99 cent hier haben wir cherrytomaten für 99 cent oder zwei schalen 1,50 euro oder zwei schalen für 1,50 euro weiter tomaten also wie gesagt die 400 gramm 99 cent oder zwei schalen 1,50 euro richtig schöne tomaten sind das am strauch dran hier haben wir auch noch mal cherrytomaten das sind eier cherrytomaten sind leicht dattelförmig 79 cent oder zwei schalen für 1 euro tomatenboppe so hier haben wir paprika im beutel für 99 cent so nochmal bunt oder zwei beutel für 1,50 euro so zitronen beutel ja relativ große früchte 99 cent brokoli haben wir hier 99 cent ne 69 cent i'm sorry oder zwei stück für 1 euro so der limenten beutel oh lecker cuba libre 99 cent der beutel so grünkohl leute ist es winterzeit grünkohl haben wir hier für das wäre was gewesen hätte eine sonne nehmen können als schattenspender natürlich ja 3,99 kilo ich bin mir sicher janni hat auch noch mal dementsprechend das fleisch für euch da im kassler bereich ne passt doch auf die stück ne das machen ja klar aber hier nehmen wir müssen ja erstmal hier ne ja wir machen hier ja aber guck mal diese mega früchte hier größer geht es ja auch wieder nicht granatäpfel guck mal da sind fünf stück in der kiste drinne so wirklich klopper sind das ja eine fünfer kiste 7 euro 99 die ganze kiste granatäpfel so ja hier haben wir noch mal kleinere früchte diesen dass hier 57 stück in der kiste für 6 euro 50 heute kann super gesund da würde ich jetzt jedem empfehlen gerade zu der jahreszeit also vitamin bombe pur gibt euch das wir haben gestern abend saßen mit den kindern takt takt richtig lecker kann ich nur empfehlen so kurzen kartoffeln noch mal hier haben wir die fünf kilo variante jumbo blau oder rot der unterschied das sind mehlig kochende die mit der roten banderole sind fest kochende beides mit 2 euro 99 ihr habt die wahl natürlich auch die zehn kilo säcke sind sehr teuer geworden aber wir können unsere preise noch stabil halten hier haben wir die sorten silina anna bell oder linda ist es vorwiegend fest kochend ist über größer an kartoffeln aber kleine nicht kleine kartoffeln das schöne große könnt ihr mit arbeiten 5 euro 99 der beutel zweieinhalb kilo saubere ware deutsche zwiebel ist das deutsche zwiebel ja deutsche zwiebel für 249 und daneben haben wir noch mal 30 eier für 5 euro 49 richtig lecker bratkantoffel hier mit eier so jetzt drehen wir die kamera ich danke fürs zuschauen und wir drehen sich doch mal zu janni hallo schöne angebote ja ja grünkohl ja diese woche machen wir kasslerland dazu schaut mal deftige stücke zum grünkohl also richtig was feines kasslerlacken kasslerlachse alles für 6 99 so dann habe ich ich sag mal vor weihnachten machen wir normalen eisbein essen für 3 99 die großen dicken hintereisbeine jetzt mal wieder so nach zwei wochen und die krone für 6 99 schweinefilet können wir 6 99 das kino leute denkt an weihnachten also schweinefilet ich weiß nicht wo das bestimmt hoch geht so und dann haben wir die nacken schier 6 99 und die schweinefilet für 5 99 das kino also jede menge falsche für den vom rind aus sehr sehr schöne stücke 10 99 grad muss bock muss von den rostockern hier haben wir auch jede menge drinne wenn man was ausgeht wenn man da frische bereich was ausgeht im tegal bereich haben wir auch noch wieder die großen dicken kassler hintereisbeine für 6 99 also ich sag mal heute ist dienstag wir melden uns die woche noch ja bestimmt donnerstag oder freitag hören wir uns zum wochenende ok werden wir noch was werden wir auch noch tolle angebote kriegen vielen dank also denkt daran draußen auch noch wunderbares schönes tannengrün ja ist doch also wirklich klasse wirklich eine klasse qualität auch von tannengrün vielen dank danke fürs zuschauen bis die tage danke